Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr. Herzlich willkommen zum Gegnercheck. Heute sind die Bayreuth Tigers in der Regensburger Donauarena zu Gast. Noch ganz kurz zum Spiel am Freitag. Ja, was war das für ein Derby in Landshut. Der Eva Regensburg gewann mit 2 zu 1. Jeff Smith war der doppelte Torschütze und sicherte seinen Farben den überragenden Sieg vor einer starken Kulisse von über 4.500 Zuschauern. Das ganz kurz zum Freitag. Jetzt starten wir mit dem Vergleich beider Mannschaften. Wir beginnen natürlich wieder mit den Topscorern. Beim Eva Regensburg ist das Nikola Gajowski mit 32 Scorerpunkten. Bei den Gästen ist es Michael Bartosz. Er konnte 31 Zähler auf seinem Konto verbuchen. Die Top-Torjäger beim Eva Regensburg. Der US-Boy Jeff Smith. 13 Mal konnte der US-Boy einnetzen. Bei den Gästen teilen sich gleich 2 Akteure diesen Platz. Und zwar Michael Bartosz und Fedor Kolopailu. Beide hatten schon 11 Treffer auf ihrem Konto. Wir machen weiter mit dem Vorlagengebern. Auf Platz 1 beim Eva Regensburg Nikola Gajowski. Er konnte schon 22 Mal seine Mitspieler bedienen. Bei den Gästen ist das Michael Bartosz, der 18 Zähler, verbuchen konnte, nachdem er seine Teamkollegen mustergültig bediente. Noch ganz kurz zu den Torhütern. Thomas Ober weist aktuell den besten Gegentorschnitt der Liga auf. Er hat einen Schnitt von 2,06 Gegentoren pro Spiel. Bei den Gästen hat Julian Bädermann einen Gegentorschnitt von 2,62. Wie immer am Ende die letzten Duelle im Überblick. Der Eva Regensburg am 12.12.14. Zuhause gegen Bayreuth mit einem 5 zu 2 am 16. Januar 2015. In Bayreuth gab es ein deutliches 6 zu 1 für den EHC. Am 13. Februar gab es dann in Regensburg ein dramatisches 6 zu 5 nach Overtime. Am 16. Februar diesen Jahres, wie erwähnt. Und das letzte Duell in dieser Saison stieg am 18. Oktober in Bayreuth. Da gab es einen 4 zu 3 Overtime-Sieg für den EHC. Der übrigens bis jetzt das einzige Team ist, der den Eva Regensburg schlagen konnte. Deswegen ist es für die Jungs von Dac Irwin heute wieder Gutmachung angesagt. Wir sehen uns gleich auf dem Eis. Zur nächsten Mission. Drei Punkte. Drei Punkte.